so weiter geht es heute mit need for speed heat und wir gehen heute mal wieder in die nacht wir wollen natürlich ein bisschen ja leveln wie auch immer das brauchen wir nämlich heute damit war ein bisschen wenn wir mal weiter kommen gut so wie man wahrscheinlich größtenteils heute nicht machen sondern nur ein paar rennen fahren ich gucke gerade mal wo ich hier oben noch ein tab in der nähe was nämlich ganz cool wäre dürfte brauchen wir gerade nicht ich hoffe dass da keine allzu großen hier haben wir noch ein sprint rennen das farben war da habe ich jetzt bock drauf und so müssen wir dann wieder der auto wechseln genau okay das heißt ich muss das auto in der garage wechseln weil ich braucht mein porsche diese anderen crews sind doch keine gegner für uns erinnern wir sie daran mit wem sie es zu tun haben so das brauchen wir gerade nicht weil wir haben ja eh nichts verdient ich habe nachgedacht du solltest die nachtrennen vielleicht sein lassen zumindest bis sich der sturm etwas gelegt hat denn immer den ersten martin mit dann gucke ich habe sich im leistungs zu gehen und habe ich irgendwas noch drin steuergerät da kann ich die mutter so wechseln eigentlich der kann ich nicht okay so die litte plus war getriebe so dann immer noch weiteres seiten gegenverkehr gegenverkehr wenn man die truppe an der für gegenverkehr aber wir fahren die größte da irgendwo rum so dann gucken wir mal äh wo war das rennen? hier oben war das irgendwo ne? halt ich will in der nacht fahren so also dahin springen anfangen wir in der nacht und wir nehmen unseren grünen gelben ersten martin den wir ja mit level 20 gewonnen haben und wir brauchen ein bisschen repräsentation punkte also heute wieder zwei rennen mehr nach das ist ganz klar die ist doch immer auch mal irgendwann mal nix übernicht zur moche weiter ich habe Bock drauf hab äh also heute wieder zwei rennen mehr nach das ist ganz klar die ist doch immer auch mal dann irgendwann mal äh deswegen nehmen wir sie mit jetzt nehmen wir sie mit jetzt so dann fahren wir mal auf ein paar rennen oh wir haben nicht eine verfolge sie hat vielleicht wir hätten das auch nur mit diesem mal ein rennen wir hätten mir die Kopfschutzige dazu auf den Sack gehen jetzt also ich hätte nicht gedacht dass die jetzt schon wieder direkt weil die wird hier schon wieder einmal direkt auf den Sack gehen also hier habe ich zwei Dienstwagen drin wegen dem noch einer geht einer nervt mich gerade noch so ein bisschen äh weiterfahren wenn ich konsultieren ja sonst hier so die kommt so da oben auf der Brücke links gewesen einer ist noch dran der gute Kirsch hat sich noch aber abends müsste zu folgen mal gucken wie lange noch so so kurz haben wir was ich weiß nicht wir sind ok wir haben uns doch gar nicht interessiert dass jetzt steig und wenn es jetzt vergründet es nicht mehr Jetzt fahren wir jetzt auch in Spanze Hände da drin, dann fahren wir noch ein und dann sind wir schon durch. Wir sind kurz vor dem Ebene und ich möchte gerne vorher noch etwas tun. Wir sind gerade mal Level 22 und ich hätte gerne mal Level 50. So ein Rennen haben wir gewonnen. So ein und fahre ich noch. Ich gucke mal gerade wo wir eins haben. Da oben. Da oben erst. Kann ich da hinspringen? Kann ich nicht. Da fahre ich eben kurz noch schnell mal durch wegen dem Flamingo. Der ist hier drin in der Röhre. Also in PopCity haben wir tatsächlich alle 100% der Flamingos abgearbeitet. Ich denke, wir wollen jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Aber ich möchte jetzt schauen, ich weiß nicht, ob ich das. Das ist ein bisschen ausprobieren. Ich weiß nicht, dass ich nicht so viel rausklinige. Aber ich möchte nicht so schön ausprobieren. So. Wie kommt, wollte ich jetzt nicht unbedingt da hinten verärgern. Und wie gesagt, das werden fahren wir noch. So, ich hoffe, dass wir gleich ein bisschen Glück haben in den Kopf, dass wir jetzt die Regale an der Wacke haben. Moment. So, das ist ja jetzt. So, das Rennen ist da. Auf geht's. Dann nehmen wir das mit noch und dann sind wir durch für heute. So. 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 Boah, was hast du denn drin, ey? So, Feierabend. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den Weg zurück finden. Jetzt war Heile zurückfinden. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen beobachten, dass der Kopf nicht auf den Sack geht. Da eben, hm? So, dann haben wir es dann geschafft, in die Garage zurückzukommen und ich nehme die Kohle mit. Ja, ein bisschen, ne, viel Geld wird eh nicht werden, das heißt, 18.000, na, mal hin, ne, ja, der will 22, ein Level noch, dann hätten wir zumindest mal noch eine neue Aufgabe für uns, die wir erreichen würden, und neue Autofolging, oh, Beetle, Volvo Amazon, Volvo 240, also jetzt einige Masse, äh, einige, oh, ein Mini, Corvette Z06, das sind noch neue Autos, ja, einige neue Autos auf jeden Fall, Mercedes-AMG, Porsche 911 Targa, Acura NSX, Polestar 1, oh, gut, in den Coverwagen, Lamborghini Diablo, gut, dann sind wir durch für heute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wieder bei Let's Plan, Need for Spetit, das war morgen um 14 Uhr und dann gucken wir mal, ja, was wir dann so machen, ich denke mal, noch ein paar Nachtrenn fahren, ne, bis dann, tschüss. Und dann, tschüss. Und dann, tschüss.